So, das machen wir heute. Brombeerwurzeln raus. Deswegen der Spaten. Aber vorher müssen wir noch ernten. Auf den Hochbeeten ist nämlich so ziemlich alles jetzt fertig. Bis auf die Bohnen. Die hängen noch dran. Die müssen noch voll ins Reif werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das war's mit Wurzeln rausmachen. Jetzt brauche ich erstmal einen neuen Spaten. Das war ein bisschen zu viel. Aber ich habe ziemlich viel geschafft. Mit dem neuen Spaten kann ich dann das Beet voll ins Anliegen. Und das kommt im nächsten Video. Bis dann.